Hallo Werder-Fans und willkommen zur Analyse des Spiels von Werder gegen den FC Augsburg. Ja, offenbar geht es diese Saison nicht ohne großes Auf und Ab bei den Werder-Spielen. Mal wieder war die Mannschaft so hin und her gerissen zwischen sehr gut und sehr schlecht. Was genau gut gelaufen ist und was nicht so besonders gut gelaufen ist, das werden wir euch jetzt mal erklären. Ja, Florian Kohfeldt hat sich sehr auf den Gegner eingelassen, hatte ein bisschen Respekt vor dem sehr aggressiven Pressing der Augsburg und hat sich deshalb etwas überraschend für Claudio Pizarro entschieden, den in der Startelf aufzustellen und Pizarro hatte mehrere Aufgaben, die er auch ziemlich gut erledigt hat. Zum Ersten sollte er natürlich Präsenz zeigen im Abschluss, also im Sechzehner. Er sollte immer wieder anspielbar sein für einen hohen Chipball im Spielaufbau, um quasi über das Pressing drüber zu spielen und den Ball dann festmachen oder ablegen. Und er sollte vor allen Dingen auch durch seine Präsenz Raum schaffen für die beiden Flügelspieler, dass die wirklich sauberer aufdrehen können und direkt zum Tor durchgehen können. Das hat sehr oft sehr gut funktioniert, obwohl Pizarro ja auch mit Rani Ghedira tatsächlich einen Mann-Decker quasi immer um sich hatte und an sich kleben hatte. Aber diese Idee von Florian Kohfeldt ist ziemlich gut aufgegangen. Ja, im Zuge der Pizarro-Nominierung wurde Max Kruse das Platz quasi besetzt und Kruse musste woanders hin ausweichen. In dem Fall war es dann tatsächlich etwas ungewöhnlich. Die rechte Angriffsseite, wo Kruse eigentlich sich nicht so oft aufhält, aber da konnten seine Stärken halt auch endlich wieder besser zum Tragen kommen. Er konnte sich schneller zum Spiel in Spielrichtung aufdrehen, hatte nicht immer so viel unmittelbaren Gegnerdruck und konnte dadurch dann auch viele Verlagerungen spielen und das Spiel dann tatsächlich wieder öffnen. Und vor allen Dingen, er konnte mit dem Gesicht zum Tor dann immer öfter auch selber den Abschluss suchen. Das Tor selber war jetzt nicht unbedingt aus so einer Situation entsprungen, aber natürlich für ihn persönlich ein sehr wichtiger Moment, der auch auf die nächsten Spiele dann hoffen lässt. Ja, auf der linken Angriffsseite hat Florian Kainz den Vorzug bekommen und Kainz hat an und für sich auch ein gutes Spiel gemacht. Er hat das erste Tor stark vorbereitet mit einer wirklich starken Flanke und das zweite dann quasi mit eingeleitet durch so ein Lauf vom Flügel ins Zentrum, um dem Augsburger nach vorne pressen ein bisschen zu gehen, was ein bisschen schwierig ist für einen Gegner dann, der immer nach vorne pressen will, zu verteidigen. Das war sehr gut. Weniger gut war unter anderem sein Verhalten beim zweiten Gegentor, als Kainz einfach übersehen hat, sich an den Augsburger Außenverteidiger zu klemmen, denen wirklich klar die Zuordnung zu halten. Und nur deshalb musste Augustinsson rausrücken, hatte eine 1 gegen 3 Situation. Augsburg hat das einfach relativ plump ausgespielt oder einfach ausgespielt und kam dann auf der linken Seite, auf der linken Bremer Verteidigungsseite nach vorne und konnte dann so das Tor erst wirklich über diese Seite einleiten. Herr Augsburg hat sich vor allem in der zweiten Halbzeit sehr auf seine linke Angriffsseite fokussiert, hat da immer wieder super angeschoben mit Max und mit Kajubi und hat offenbar Werders rechte Seite so ein bisschen als Schwachpunkt ausgemacht. Insofern muss man auch über Theo Gepresilassi kurz sprechen, der vor dem Anschlusstreffer wieder ein wichtiges Kopfballduell verloren hat, was relativ ungewöhnlich ist für ihn, und der beim zweiten Tor. Man muss ihn aber auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil die Mitspieler es genauso schlecht gemacht haben, in Anführungszeichen nur zum Flankengeber, also nur zum Ball schaut und nicht mehr guckt, was um ihn herum passiert und was vor allen Dingen in seinen Brücken passiert, wie Max übersieht und Max den Ball ins Tor schießt. Werder hatte einiges an Licht, aber natürlich auch viel Schatten und hat, muss man glaube ich so sagen, glücklich das Spiel gewonnen in Augsburg. Wieder hat es die Mannschaft nicht geschafft, auf einem konstant hohen Level ein Spiel durchzudrücken, hatte wieder einige Leistungsstellen innerhalb des Spiels drin und die auch wirklich ausgedehnt waren, nicht nur ein paar Minuten, sondern auch wirklich über längere Zeiträume. Und das wird auf Dauer so nicht gut gehen, vielleicht schon im Heimspiel gegen Hertha BSC. Da muss die Mannschaft wirklich konstant auf hohem Niveau spielen, wenn sie da dann was mitnehmen mag. Wie diese Partie läuft, was wir danach zu analysieren haben, was gut war, was schlecht war, das schauen wir uns dann wieder an. Hier an selber Stelle. Bis demnächst. Dauer 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 Dauer